Willkommen Reisende. Wir sind zurück bei No Man's Sky. Wenn ihr Spaß habt und nichts mehr verpassen wollt, gerne abonnieren und liken. Nun viel Spaß. So und der Planet ist echt gut. Bis jetzt habe ich den 6x Planeten immer nur in schwarz gehabt, aber mit dem grün und Gold so. So ist es grün, so Gold. Echt cool. Wäre nur gut wenn wir jetzt halt auch Gold finden würden. C. Da lang. Hoffentlich nicht wieder Kupfer oder so. So lang. Oh Gott, sag bloß. Na gut, zwölf Minuten. Hä? Was ist denn wieder echt unter so einer Blume? Hä? Kupfer. Oh, scheiße. Hä? Hä? Ach, das ist der Falsche. So, hört zum Schiff und ein Stück weiter fliegen. Kupfer gibt es hier ohne Menge. Aber eigentlich muss es hier auch Gold geben, also steht zumindest dran. So. So. Dann wollen wir mal ein Stück weiter fliegen. Hm. Der nächste Hügel müsste eigentlich hier weit genug entfernt sein, dass er uns ein neues Gebiet anzeigt. Gucken, können wir nicht irgendwie landen? Machen wir bestimmt die Blume kaputt. Oh ne, geil. Dazwischen gelandet. So. Ah. Oh, lass mich raten. Kupfer. So, 200 da lang. Das hat ja mal gar nicht geklappt. Ah. Andauernd bleibt man in diesen komischen Blumenhängen. Was zum. So. Das könnte ja jetzt so langsam mal Gold sein. Hä? Oh, da kommt doch kein Mensch hin. Echt jetzt da oben? Echt jetzt da oben? So. Was ist das diesmal? Ne. Gold und Arm. Boah. Ist ja krass. Dichter am Boden. Dichter am Boden. 72. 74. 75. 75. 76. 75. 76. 70. 70. 70. 69. Was ist denn jetzt kaputt? 70. Oh, jetzt. Was ist echt jetzt? 72. 72. Wir hatten doch eben doch einmal 73. 69. 70. 72. Ja, wir machen jetzt 72. So. Jetzt wäre krass, wenn hier in der Nähe Strom ist. Jetzt läuft aber. Also da ist Strom. 370. Machen wir genau in der Mitte. Einfach Basiskomputer. 370. 370. 370. Machen wir genau in der Mitte. 370. 370. 370. 370. 370. 370. 370. So. Da lang 150. Oh, hohe Blume. Da lang. 105. Krass, wir haben da sogar ein Fahrzeug rumstehen. Da... 270. Krass, wir haben da sogar ein Fahrzeug rumstehen. so strom da 120 wo ist jetzt dieses komische markierte ding 270 also 100 ach so also 305 wäre es ja also in den basiskommission hinein so so müssen wir jetzt zu gold zu laufen zu strom da lang 60 irgendwo hier am hügel super an den unmöglichsten stellen hat doch schon analysiert so 48 direkt am boden dann darf man nur eine markierung setzen können setzen wir das ding hin machen jetzt als erstes gold und damit wir die markierung entfernen können wenn wir direkt darauf gebaut haben und uns die hierbei hinsetzen können die markierung und das speicher signal entfernen können und hier kann man sogar gut hoch laufen mit einem berg verbunden so muss das sein so bisschen weiter weg stehen sonst stehen wir ja wieder dumm im weg also gold hatten wir hier dann so so jeden ja wir bauen da erstmal eine plattform drunter immer die hier wieder so so ab platten drüber setzen und 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 Ups, Lohmann kaputt gemacht. So, jetzt die hier, da ist das höchste Vorkommen, die Richtung müssen wir, wegen den Rohren, aber dann noch, so, 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 Gott ist das Ding jetzt richtig rum, ja, gut, zwei, drei, vier, fünf, sechs, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, jetzt Strom, 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 nach Scheiße, den in der Mitte kann ich jetzt, war ja klar, wir müssen den Eintorn wieder abreißen, Scheiße, können wir gleich wieder hinsetzen, so, sonst können wir die nämlich nicht verbinden, so, 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 einmal das Kabel, wir legen das mal nach vorne, so, den anderen Turm, so, 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 nach vorne legen und die trotzdem untereinander verbinden, so, so, jetzt die Rohre, die haben wir hier, wir haben nicht oben angefangen, weil ja klar, so, 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 jetzt können wir da die anderen Türme bauen, so, so, nach oben gehen, eins, zwei, drei, vier, 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 fünf, sechs, Strom, Strom, Alter, wo sind wir denn, ja cool, wir sind in so einer Maschine gefangen, nein, so, wieder Strom, so, 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 und miteinander verbinden, so, so, jetzt die Rohre wieder, so, 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 machen wir auf die seite noch türme gar nicht so einfach eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs wieder strom scheiße Gott, wo habe ich das denn verlegt? so ja, ich glaube mehr ging, sechs ging glaube ich wieder nicht dann produzieren die zwar auch alle, aber weniger dann ah, die Rohre so da 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 ist die Frage, bauen wir ein Silo oder für jeden auseinandergebaut eins? wenn die 100 Ju entfernt stehen sammelt jeder Turm extra, also alleine und so würden die alle in einem Lager sammeln na das können wir ja gleich machen, wir machen erstmal Strom dafür müssen wir jetzt erstmal die miteinander verbinden so 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 dann müssen wir jetzt ja den da runter ok können wir ja eigentlich auch mitnehmen so wenn die zu lang sind dann steht da wieder zu lang geht nicht also was war denn das jetzt? oder ist einfach so so das Kabel müssen wir ja mindestens bis zum Basiskomputer ziehen ja super so und wenn wir hier noch irgendwo was bauen haben wir dann auch noch ein paar Anlegepunkte für Stromkabel ach hier ist der ok cool ich werde jetzt noch weitergelaufen dann ja hier so ich habe den Punkttasch vergessen scheiße gut aber warum zeigt er die Mine eigentlich daneben an? ah so da hinten da bauen wir jetzt die Stromgeneratoren auf dann müssen wir noch die Silos und alles miteinander verbinden so den entfernen wir jetzt dann gucken wir hier wegen der höchsten Dichte und dann 48 ja gut besser wird das wohl nicht 49 oh vor allem oder meinte hier am Boden gut dann kommt hier wieder ein kleines Podestin wir stehen natürlich bestimmt 100% wieder voll im Weg da weiß ich zum Beispiel gar nicht wie groß kann man so ein ähm wie viele Generatoren kann man davon bauen ich stehe im Weg war ja irgendwie klar ich muss mal kurz aus dem Weg gehen so und vielleicht auf die andere Seite noch eins kommen da kommen da wieder Platten drauf nein die da so so rum gefällt mir immer gar nicht so 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 auch Dreieck echt jetzt was denn das geht ja mal gar nicht ja das sieht ja scheiße aus oh oh also wer hat sich das Teil denn überlegt ja wir lassen das einfach so und machen da auch ein hin ist hier richtig rum nein die ist falsch rum war ja klar so ne das ist falsch da also da ist die höchste Stärke gehen wir uns da mal ein Stück hin so wie hoch können wir vorsichtig bewegt so eins drei drei vier fünf sechs sieben cool den siebten hat er noch bauen lassen eins zwei drei vier fünf sechs sieben wow wow eins zwei drei vier fünf sechs sieben wow er hat einen Baul konnten die noch bauen so gucken scheiße nein ach gut oh Gott eins zwei drei vier fünf sechs sieben echt jetzt super der letzte Tom wollte nicht komisch der Tom ist so gut dann werden wir es nochmal probieren da so jetzt hoch scheiße eins eins zwei drei vier fünf sieben was hat denn der letzte Tom für ein Problem ja das ist mir jetzt so doof ich sehe auch kaum was so kommt man schief der vierte Tom so jetzt mal die alle verbinden dann zum Basiscomputer und dann miteinander es waren die Raffinerie bauen also anschließen also anschließen damit das verbunden ist so jetzt sind alle miteinander verbunden so wie viel Strom bringt denn das das können wir erstmal entfernen da unten so 4000 hm gucken ob das reicht boah krass der Anschluss ist lila das ist aber neu so also machen wir das hier so so einmal um die Pflanze rum so da hinten haben wir es hingelegt so speichern gut jetzt können wir auch gucken wie viel das da hinten wie weit war das eigentlich jetzt weg 200 äh kurzstrecken teleporter gehen nicht so weit ja aber wir können hier einen hinstellen da hinten und dann ja das müsste gehen müssen aber zweimal laufen wegen den teleportkabeln so 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 guck mal einfach mit dem Fernglas bei so 100 sollten die 62 hier so beide sind das jetzt noch weg 150 die Blume 93 stück geht noch oh werden wir Glück haben direkt hier gucken 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 gut die Pflanze will ich jetzt nicht kaputt machen deswegen habe ich ja ein paar Disks gebaut aber okay geht nicht keine Tür so so gucken ob das reicht also oder ich vielleicht schon zu weit ist kurz streng teleporter schön und gut aber mit kurz meinen die echt kurz auch noch strom anschließen das hatten wir ja hier irgendwo liegen anders da unten jetzt auch strom richtig dumm hinter jetzt auch witzig oder wie warum leuchtende rot blöden teleporter hauptze leuchtet hier auch rot so neu die fasche da ein teleport oder auch nicht hier ein so eine treppe reicht so müssen wir mal hoffen richtig jetzt die blumen aus dem nichts so meine fresse so 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 oder 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 macht jeder ich habe nur die türme miteinander verbunden wenn jeder 1800 macht ne 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 echt voll die fasche ne 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 wir müssen die noch miteinander verbinden echt jetzt ich es 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 also unten ist der mit dem der ist mit dem und der ist insgesamt mit dem da ist das ne scheiße ja geil geht ja gar nicht achten also scheiße da hier ganze türe nur 1800 also es ist aber nicht ja 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 we ja ja Ah. Oh, ist das kompliziert mit dem Kollegen. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Dann machen wir erstmal das Rohr bis hier. So, und jetzt überlegen wir uns hier irgendwas. Weil landen sollten wir hier auch irgendwie. Also, da ist der Computer. Da ist der Teleporter. Hm. Die Tür bestanden da schon immer. So. Hm. Ja, was nehmen wir da mal. Ups. Weißt du das? So. So. Warum hat sich das so angehört? Es wäre gerade etwas kaputt gegangen. Ja, gute Frage. Oh, ich habe nicht hier. Ja. Ja. Oh, oh, oh. Welche Farbe haben eigentlich die Räume jetzt hier? Hm. Na, jetzt zumindest hier richtig. So. Die Glastunnel auch färben. So. Der ist gefärbt. Die beiden färben. So. Irgendwie gab es doch hier eine Leiter. Gut, die geht dafür nicht. Cool, man kann nach oben. Huh. Ja. Aber warum? Also der Teleporter muss irgendwo rein. Der steht jetzt noch da unten rum. Wir machen erstmal so ein Fundament hier. So. Fenster. Die ungültige Position. Großes Fenster. Hä? Ach, das bestimmt wieder für... Ach ja. Das für die eckigen Räume. Das ist auch gut. Hat ein Luftloch dann. Abgewinkeltes Fenster in einen eckigen Raum. Super. So. Da geht das aber. Und da. Und da. Und da. Aber irgendwie müssen wir da noch reinkommen. Ich hab ja gedacht bei einer Leiter nach unten. Also. Hm. Es wird ja auch reichen, wenn wir... im Flugzeug, also... auf dem Schiff landen. Und dann einsteigen. Also reingehen können durch die Tür. Dann würde nämlich... sowas gehen. Aber... Wo bauen wir den? Können denn ja so. So. Gibt das nicht mit Klaus? So. So. Du musst... Ne, das ist das falsche. So. Das scheint noch eins zu fehlen. Oh Gott. Ich hab das falsch rum gebaut. So. Wie glaub ich denn hier? Eins. Hm. Okay. So. Landefehler. Bild. Ach. Da war ja wieder was. Das will ja wieder nicht dran. Äh. Da. Aber so geht das. Warte. Warte. Wie rum steht denn dann das blöde Schiff? Wie rum steht denn dann das blöde Schiff? Warte. So. Mit... der Nase noch da. Also so. Oh Gott. Jetzt aber... Ach, da fehlt der Glasraum. Hm. So. Wo ist der Computer? Wo ist der Computer? Ja. Wo ist der Computer? Da muss der doch aber... So stehen. Sonst fliegt man sich ja gegenseitig über den Haufen. So. Wir haben immer noch keine Treppe. Stellen wir jetzt einfach alles rein. Hm. Wo ist denn das Fundament denn? War eins drunter gesetzt? Ah. Da. Strom. Stromkabel. Genau. So. Das lag hier doch irgendwo rum. Und schon hat alles Strom. Ja. Gut. So. Ich hab grad das Stromkabel gelöscht. Scheiße. Aber nur das wieder rum. Dann geht das ja noch. So. Ah. Den Teleporter verschieben. Aber wohin? Da rein. Da müssen wir aber erstmal hin. so. Ha. Witzig. Tür vergessen. Schauen. Ob das geht nicht ohne. So. Oh. Was zum Henker. Und kann man durch den Raum durchgucken. weiter durch den auch. noch. Super. In welchen Raum wollten wir das? 2 zurück. 2 zurück. 2 zurück. 2. Da kommt der Teleporter ein. so. Also. Das für so ein bisschen Gold. geht. So. Gut. Jetzt müssen wir nur noch den. Basis Computer hier rein stellen. Dann haben wir es. Der hier auch irgendwo rumsteht. Da. Ui. Gucken. 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 Steht da richtig rum. Ja. Achso. Und den. Speicherpunkt. Den. holen wir auch mal rein. So. Und den. Speicherpunkt. Den holen wir auch mal rein. Und den. den holen wir auch mal rein. Handelsterminal. Oh. Das sieht ja scheiße aus. Der Raum ist doch aber eckig. nicht. Oder ist das ein runder Raum. Da geht das. Da auch. Das geht nicht. Weil ich da vier Türen hab. Ich hab hier überall Türen. Hm. Ja. Dann weiß ich auch noch nicht. So. Das war es dann erstmal. Haben wir eine Goldmine. So. Ich bedanke mich vielmals fürs Zusehen. Wenn ihr Spaß hattet. Und nichts mehr verpassen wollt. Gern abonnieren und liken. Ansonsten. Bis zum nächsten Mal. Bis. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020